Grrpa Kriss on the beat Kura gib Kassa die Nacht zu kurz Upa Tod Berlidanz und die Ruck zu kurz Seher ich getan hab zu viele tos Mentalität kommuniziert an Ich bin in 30 Sekunden da was für aussteigend Der gepanzerte Schachter verfolgt uns so weit jetzt hier kommt mal sie sind immer noch direkt unten am impotent das überleben wir nicht manch das gas tank die schießen auf den streifen ist sofort links noch bauerschiene links am auto das seid ihr ihr schießt auf uns schießt auf uns da war das knapp gerade ich sage ich sage jetzt mal ganz ehrlich was soll diese scheiße dass ihr aufhören sollte mit solchen drecks kommentaren okay eine person ist die mir persönlich sehr wichtig ist was ist das bitte schön für ein potzen move von der anderen meine güte dann rafft euch doch mal der jack der hat einen großen lemon tree aber sagt das nicht mama gut ich muss ich muss weg fahren weil das ist ja nicht was die musik oder das ganze jetzt aus oder bist ein toter mann ich hab ja gesehen wie die leute mitgenommen das heißt wir der riesen ding wieder und ich bin schneller aus dem koma raus als ihr mich mitgenommen so ist es gewalt muss das denn sein ich bin jetzt überholt ohne er machte selben du hast die ich werde noch kurz abtasten imitris sei jess das angst dass ich uns blaulich kommt also jaja wenn die gestresst wollen dann handeln wir leben ist egal schnell durch die herrschaften hey junge junge die täter an uns die täter an uns die täter an uns schießen los auf uns wo junge idioten ich mach Hände hoch stopp hört auf sie ich Hände hoch ich bin richtig aber was sind das für Hurensöhne mann alter ihr verdammten Hurensöhne alter was ist denn mit den Bastarden jedes mal alter guck dir das doch mal an mann der scheiß Hurensohnstaat alter was für Bastarde mann guck dir das doch an ich mach gar nichts sagt so ich mach dir Hände hoch mann das FAB der Morito bitte rechts ran fang ich wiederhole Morito einmal rechts ran fang jetzt hört man halt was hier nicht mal äh lila Cap lila Unterteil äh ist soweit richtig die Beschreibung passt du scheiß Missgeburt alter halt die Fresse du scheiß Hurensohn bist du eigentlich behindert wir haben eine Autofahrt wir haben von weit in die Fresse der Alta äh der Herr 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 was haben wir gemacht? äh der Herr äh der Herr äh der Herr äh äh der Herr okay tut mir leid mann was war das für eine eiserne Faust mann c c c c Don Don bitte nicht, Don, bitte, Don, mach das nicht, Mann, ich schwöre, ich mache das gut, Mann, Don, bitte nicht, Mann, bitte knall mir nieder, Mann, Don, bitte, das war nicht so gemein, ich schwöre, ich kuss die Füße von deiner Frau, ich kuss die Füße von deiner Frau, ich kuss die Denise, ah! Dann sollte ich mal packen, ey, hack mal deine Waffe, nee, warum denn? Pack deine Waffe, hey, hey, diga, hä, oh fuh, aber ein Fehler, ja, diga, was hat dich denn verarscht? Erstmal in der Mitte von 8 Leuten schießen, man kennt ihn, der gar我不管, er hat ihm 3 mal gesagt, ich werde dir jetzt Seile anlegen, ach perfekt super hey du trottel alter mann was für unseren medic alter echt was für ein trottel medic guten tag liebes kollegium leider ist gerade der vordereingang geschlossen aufgrund von hausmeisterarbeiten es wird gerade ein neues schloss besorgt der hausmeister willkommen bitte gehen sie da außen herum alles klar alles verwirrt alles gut und die warte hier einfach und schreiben in der sms ok wir holen dich gleich an ok ich warte hier bis gleich wie er lasst mich zu lange warten natürlich für ein bisschen das auto holen aber das dauert kurz ist am flughafen ok ich weiß sie sind sich bewusst dass sie gerade die nummer von einer der heißesten frauen auf der insel bekommen das weiß ich nicht verhalten sie sich dementsprechend so mache ich oha warum gibst du einfach irgendeinem random typ in deine nummer die steht in jeder werbung drin und am schwarzen brennen ja und bisschen sauer die ist ich habe es aber gerade noch geschafft habt ihr das gesehen kollegen meine scharfe sinne ja du hast die folie nicht abgemacht ich hatte hunger warum macht man denn eine folie die aussieht wie hier da ist ein burger drauf gemalt warum mag man denn bürger auf einer verpackung für den bürger das macht ein suss ist doch das kommt wieder raus keine sorge ja ja jetzt doch wieder beleidigen war wenn die älter sich da sind du huren richtig ja weil zeigt mir noch mal was du kannst hier von unserem sagen du hund ja deine mutter ist am boden bei mir obendrauf auf dem schwanz du hund ich mal deine mutter was ja frag mal deine mutter was die für ein check kann digger das ist ein andere check im bett junge ja und deine schwester genauso junge ich halte ihn die tür auf du hältst ja nichts weil du inkompetent bist einfach rein einfach rein was auf den stadt auf was auf den stadt auf rennt die rechts rum ja ich bin hinter die grüch ich habe sniper ich habe auch geht drüber da weiter 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 der nächste dauerung jawohl wer ist die erste im stand die spieler kommt rein da schon mal wie die fallen wer sind die denn ja ruhig hey du schiebst auf mich die meine fresse ja ruhig ruhig fackel in die hand nehmen wenn ihr beschossen wird oh mein gott ich hänge im tor ich werde gerammelt oh mein gott ich schließe mal noch mal ab also wie sieht es bei euch aus also ich weiß wir haben vorher sind wir schon mit denen in kontakt geraten mit diesen drei und gebe ich dir recht aber wenn man darauf eingehen tut dann zeigt es einfach nur dass man hier verstehen tut und das in kopf reingeht was manche polizei beamte leider nicht schnallen dass man auf einen np-server ähm äh 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 wie gesagt ach scheiße meinten sie meinten sie oh mein gott meinten sie ein rp-server musik ja komm mal da komm mal da wer schreibt so ne hohle scheiß hier in chat ralle du ist idiotisch ich muss gerade eine frau ich mache mich in der frau und dann einfühlsamer sein alles okay hast du gesoffen nein ich bin am nachdenken als du gerade getrunken mit irgendjemanden die ist komplett vertreten wo warst du ich vertrete ich gleich mal nicht aussteigen eh beruhig dich jetzt bist du behindert oder wort auf ist ey ihr idioten ihr habt den gefickt bevor du mich zu diesem berg fährst schmeiß ich mich ins koma nein sei ruhig du crack alter entspann dich doch ein bisschen entspann dich mal ey tony halt doch mal dein schnossi man wie redest du man bist du behindert oder was ey die ist ungestiegen einfach die ist die ist ihr verdammten Vollidiot ey tony ich knall dich ab man ich knall dich ab ich höre die ist komplett verrückt ja die ist locker die ist locker ihr seid behindert man wirklich hau rein Tasty ihr Fosse wir sind die Gents wir sind die Gents brauchen wir nicht zu erwähnen weil ihr seid Fans wir sind die Gents wir sind die Gents brauchen wir nicht zu erwähnen weil ihr uns kennt